Das Highlight des Jaws. IGN. Ich warte seit Februar auf das hier. Gronkh. Klupiter und Deisem sind meine Kindheit. Paluten. Tony Saltzane Hausaufabend Macken, Deutschlehrer. Getters noch besser. Open Critic. Ich bin nicht die, weil sie mich in Rocket League destroyed. Pellet 81. Skinendill will perpleut lie. Dog. Musburger. Squeiger. Musilton desurkulitrich. Hier sind sie. So. So. Untertitelung. BR 2018 MINDESLOK! Das ist eine McDonalds! McDonalds! Ja, ja, ja Okay Sind manche Menschen nicht der Meinung, dass sie nur Aufmerksamkeit erwecken wollen? Da muss ich mal meinen Chefexperten fragen. Ich glaube nämlich nicht. Was verdammt wollen sie von mir? Verschwinden sie bitte. Gehen sie weg, gehen sie weg, weg. Danke meinem Chefexperten. Mindestvlog. Eins. Eins kann ich nur sagen. Wir sind jetzt in Köln angekommen, wir haben keine Ahnung wo wir sind, aber wo am Rhein. Und... Und... Da ist der Ali... Ja, das ist natürlich sehr spannend. Werner singt. Trau dich. Werner fängt. Werner fängt an oder eine Frau. Ab! Toni! Mindestflag! Mindestflag, Junge! Mindestflag, oh mein Gott! Was? Ab aufs Stemminggelände! Jawoll! Oh mein Gott! Ich hab das nicht! Die Brüella Die Rosette Und alles! Das ist Loser! Daniel ist kurz vorm Gewinnen Loser! Nee! Mir fehlt eins fürs Kreuz Eins fürs Kreuz Und zwei fürs Ganze Daniel, wenn du da auf die Bühne gehst Im Gritty Das ist Gritty Voila Interessant Gritty Ich bin Gritty Ich bin Gritty Daniel fehlt jetzt noch Eins für alles Das letzte Das ist es auf jeden Fall nicht Du hast bei keiner Bingo geschrien Ich bin Gritty Ich bin Gritty Ich bin Gritty Ich bin Gritty Lauf mal der Roser Hahaha 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 Dai Dai Daison Daison Ich sollte von daison den Toni grüßen Dä Ne Doch DAI So Wir sind angekommen weil Toni hunger hatte Sie hat seit 12 Uhr nichts mehr gegessen Sehr ehrlich Du bist hässlich Ja Johnny, was machen wir denn jetzt? Wir müssen zwei Stunden erwarten, dass unser Scheiß zukommt Ich hab hier einen Fall Ich will hier mal zum Aumannhof fahren Nehmen Sie uns bitte mit und mit Jetzt halt die Fresse Mann, das bist du so pampig Hol dir bitte eine Beefy Ich möchte filmen, wie du dir eine Beefy holst Hahahaha Danke Mann, ich werd wieder ein bisschen voll flogen von dem Mann Mann Toni Zum Wohle Zum Wohle Ähm Diese Tür ist mir noch etwas so süß Toni Uhhh So, damit auf jeden Fall erstmal Hallo und herzlich willkommen zum Mindestvlog in Bingo Edition Wir versuchen nicht zu gewinnen Und wenn wir gewinnen Dann melden wir uns Trau ich mir ne Penis verbröse Hallo Toni Hallo Toni AAH 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 Alter. Alter. Ich krieg mein Zeug! Ich werd so geholfen! ist das hier richtig das sieht mir warum steht hier frauen also ich weiß es nicht wirklich 14 schüsse naja wenn wir sein sind wir weg AAAAAAAH Hahahaha Alter Ich hab die gleich gesehen I wanna scream I wanna scream I wanna scream To the world's end up So put it in all of the papers I'm not afraid Thinking we know about it We know about it Ooooooooh Oh Ooooooh Ooooooh Schön, ranzige Packe New York also I don't know what this is What's going on? Here we go! Hey, 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 hey Hey, hey, hey What's going on? What's going on? How do you feel? We're going now to the toilet And the damn thing They are totally fucked up, son Okay, and continue? Yeah, it looks like shit My stomach is slowly away But how do you feel? How do you feel? How do you feel? Good, son Okay Hahahaha 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 Das stimmt Hahahaha Alter, wie geil Hahahaha Mindestflok Das werden wir irgendwann weit ein... Also irgendwo wird einschneiden Aber Ton Ich werde jetzt zum Feuerwehrmann Ton Was passiert hier? Ja, wir werden angezogen Ich habe den Mindestflok gestartet Ich möchte, dass du nur eine Szene bitte sagst Einfach mal Ich sehe dich nicht Ich sehe dich nicht Hahahaha 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 Hinnen bulb Was machen wir jetzt? Alles klar, wo du gestand? Ganz vorsichtig! Alter! Ich weiß doch nicht, wie der so gefährlich werden konnte. Was machen wir jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020